So Leute, wir sind's wieder und heute gibt's wieder einen Kakao-Tausch in doppelter Form. Und zwar haben wir als erstes getauscht mit der lieben Kati544 und ich lese auch gleich mal vor. Hallo liebe Kiyoko und liebe Safira, ich hoffe die Karte ist halb bei euch angekommen. Ich habe mich wirklich gefreut mal mit euch Kakao-Karten zu tauschen und würde mich freuen, wenn wir das mal wiederholen könnten. Lieben Gruß, Kati544. So, hier andere Seite, drehen wir mal um. Raus. Ich hole das schon mal gleich aus der Folie raus. Kakao-Karte 53 für Kiyoko und Safira von Kati544, Olivia aus Fire Emblem Awakening und ich schätze mal, das steht da nochmal auf Japanisch. Das ist doch das Logo von Fire Emblem an. Ja. Ich drehe um. Ich bin nicht 4000 Mal gespielt? Ja, habe ich. Boah, die ist ja hammer schön. Die Pose ist ziemlich geil, ne? Ja, ich kann das ja absolut nicht so dynamisch zeichnen. Das sieht bei mir immer komisch aus. Ist echt gut geworden. Voll schön. Nochmal vielen, vielen, vielen lieben Dank. Die ist unheimlich schön. Ja, ich werde die auch gleich in meinen Ordner tun zu den anderen. Geht auf ihren Kanal. Ist unten verlinkt. So wie immer. Wie immer. Gut, ich würde sagen, wir machen mit demnächst weiter. Hallo Kiyoko und Safira. Ich habe mich sehr über deine, eure Karten gefreut, auch wenn nicht mein Künstlername auf der Rückseite stand. Oh, üps. Zu den Karten. Nummer 9. Mir ist kein ordentlicher Hintergrund eingefallen. Nummer 15. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe irgendwas vergessen auf die Karte zu machen. Lieben Gruß, Charlie Dean. In Klammern, nicht Lucy hat Fehler. Das ist nur der Name, den ich bei der E-Mail-Adresse angegeben habe. Oh, üps. So hier, voll der süße Wal. Der ist echt nie gleich. So, ich hoffe, die Karten gefallen euch. So dann. Ich weiß ehrlich gesagt schon wieder nicht mehr, was wir uns gewünscht haben. Ähm, Gwedel aus Black Rattler. Ist das jetzt auch schon? Ach ja. Und Zangro. Okay, Nummer 15 und... Oh, verkehrt rum. Jupp, jupp. Für Kyoko und Saphira. Gwen Sutcliffe aus Black Butler Nummer 9. 1.05.2015. Shai Dean. Okay. Ich hole jetzt mal wieder aus der Folie raus. So. Boah. Oh, geil. Hammer cool. Geil. Ja. Und das High-Fish-Grenzen, ne? Ja. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Und ich würde sagen, wir machen mit der nächsten weiter. Auf jeden Fall. Da bin ich jetzt echt gespannt. Ich klebe. Für Kyoko und Saphira. Sangro aus Inuyasha Nummer 15. Am 06.05.2015. Shai Dean. Lesen muss man auch können. So. Boah. Geil, das aussieht. Vor allem auch der Hintergrund. Hammer cool. Krass. Ich muss mal ein bisschen dichter ran. Ich kann sonst nicht gucken. Boah. Vielen, vielen Dank. Richtig schön. Die ist richtig geil geworden. Ja. Boah. Vielen, vielen, vielen Dank. Auf jeden Fall super tolle Karten. Wir freuen uns mega. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Tschau. Tschau. Tschüss. Tschüss.